Die Ajax-Berlin stehen im Finale nach einem spannenden Spiel gegen die Strymon Tigers hier in den Überringen. 3 zu 2 in der Verlängerung, Mr. Matchwinner, obendrauf ein Arsenal-Fan, Ty Ronning, unser Nummer 9. Ty, was für ein Spiel. Sehr, sehr spannend. Und wieder mal hast du eiskalt zugeschlagen. Deine Gedanken an ein extrem spannendes Spiel. Ja, ich denke, all series. Es war tight-checking, fast pace, und wir wussten, dass dieses Team nicht gewinnen wird. Und wir sind glücklich, dass wir den Job fertig sind, aber auch der Job nicht fertig ist. Also, wir sind glücklich, dass wir in den Finalen kommen. Was macht diese Mannschaft aus? Ist es die Charakterstärke, die Skills, die man hat, der Talent, die Teambildung? Irgendetwas muss es liegen, dass diese Mannschaft niemals aufgibt. Wir haben viel Vertrauen in uns. Eine Sache, was wir haben, ist die Verlängerung. Und das ist das größte Sache. Wir haben über Verlängerung gesprochen. Verlängerung auf eure Rolle, wissen, was du dort zu tun sollst, und es zu dem besten von deinen Gelegenheiten machen. Heute kamen wir raus und uns gebt. Es war ein großartiger Effekt. Und du hast definitiv geglaubt mit diesem tollen Gelegenheiten gebraucht. Vielen Dank. Zwei sagte, wisst ihr was, wir glauben aneinander. Wir sind voneinander da. Jeder, der auf dem Eis geht, der weiß, was für eine Rolle er hat. Der vertraut dieser Rolle, setzt diese Rolle um und das machen sie dann geschlossen als Einheit. Und das ist das, was diese Mannschaft in dieser Saison so dermaßen auszeichnet. Die Zwischenfrage natürlich. Ja, und du hast deine Rolle durchaus vertraut bei diesem sehr, sehr schönen OT-Winner. Und schüchtern, wie er ist, er sagte, ja, dankeschön. Letzte Frage. Ein paar Tage, Ruhe, Regeneration, Bremerhaven. Erster gegen der Zweite. Wir haben kein Heimrecht mehr. Was sagst du dazu? Ja, wir sind gegen ihn, wie du sagst. Es wird ein großartiger Herausforderung. Und wir sind alle aufgeregt. Wir sind alle aufgeregt und wir haben die Möglichkeit. So, Ty sagt, wir freuen uns auf die bevorstehende Herausforderung, die wir haben. Und ja, wir gehen da, um zu gewinnen. Das Geilste an Playoffs ist, jede Mannschaft kann jeden schlagen. Es geht um Momentum erzeugen, es geht um das Umsetzen. Und wir freuen uns auf die bevorstehende Aufgabe und wir freuen uns auf Bremerhaven. Dankeschön. Oh, he speaks German.